Hallo? Ja, grüzie Fräulein, da ist Kuhnz. Kuhnz im Moment in Bünze bei Boswell. Fräulein, ich hätte gerne eine Auskunft gehabt für Ihnen, es handelt sich um folgendes. Ich bin hier für etwa 14 Tage in der Ferie im Haus von Freunden und ich hätte gerne für die Zeit, in der ich hier eine eigene Telefonrechnung habe, weil ich ziemlich viel auswärts telefonieren muss und damit ich nicht jedes Telefon extra aufschreiben muss, ich verstehe. Ist das möglich? Ja? Aha, ja? Also ja, ja, doch. Sehr gerne, Fräulein, ja. Danke Ihnen vielmals, Fräulein. Ja, hallo? Ja, da ist Kuhnz. Kuhnz in Bünze. Ich bin hier im Haus von Freunden für ein paar Tage und, wie bitte? Bei Klaus. Ja, und ich hätte gerne gefragt, ob ich für die Zeit, in der ich hier bin, könnte ich eine eigene Telefonrechnung bekommen, weil ich ziemlich... Wie? Nein, noch vorübergehend. Aha. Also ja, ja. Gerne. Merci vielmals, Fräulein. Ja, grüße Sie, hier ist Kuhnz, momentan in Bünze. Ich bin hier im Haus von Freunden, die hier ein Haus haben und wo ich gerne gefragt hätte, ob ich für die Zeit könnte... Wie? Wie bitte? Jawohl, es handelt sich um einen Auftrag, quasi, in dem ich habe mir gegeben, ziemlich viel auswärts... Weil ich... Aha. Aha, so, ja, ja, ja. Dankeschön. Ja, du ist Kuhnz, bitte, im Haus von Freunden. Ich bin hier im Haus von Freunden und hätte gerne eine eigene Rechnung gehabt. Für die nächste... Wie? Ferienhalber. Jawohl, ja. Und wenn ich eben ziemlich viel auswärts stelle, dann... Bei Klaus. Ja. Und wenn ich... Bei Klaus. Klaus. Nein. Klaus, K wie Knopfloch, L wie Laus. Klaus. Richtig, jawohl. In Bünze. Achso. Aha, ist das, ja, ja. Ja, verstanden. Dankeschön für die... Hallo, ja, da ist Klaus im Moment in Bünze vorübergehend. Ich bin hier bis Klaus... Äh, Kuhnz ist hier. Entschuldigung. Kuhnz, ich bin hier bis Klaus, Ferienhalber, vorübergehend in den Ferien und ich sollte... Das heisst, es handelt sich um eine Rechnung, wo ich... Wie bitte? Im Haus von Freunden. Äh, von Klaus. Klaus. K. Wie Knopfloch, L wie Laus. Jawohl, ja. Und ich... In Bünze. Äh, Kuhnz. Aha. Also, ja, ja. Merci vielmals. Hallo, hallo, ja, ihr habt uns ins Bünze in Kuhnze. Äh, Kuhnze in, äh, Bünze, bitte. Und, äh, Sie sollten mir gerne eine Rechnung schicken für einen Aufenthalt, wo ich da im Haus von Klaus, wo du ferienhalber Haus haben bei Kuhnze, äh, äh, Bünze, äh, äh, mache. Was? Ferienauftragsdienst? Wir können Sie nicht das... Sehen Sie so gut, Dankeschön. Hallo, 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 hier sind Sie, Sie sind Klaus, Klaus, Kau, wie Knopfloch. Ja, ich sollte bitte, wie Knopfloch, ja. Ich sollte in Bünze. Ja, ich sollte bitte ein Knopfloch haben, eine Rechnung haben für, für die Ferien. Was? Nein, nein, im Haus für das Bünze. Ne, für das, äh, Klaus, 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 Klaus bei Boswil, bitte. Aha, also, merci, hallo, 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 ja, bitte, du hast Klaus bei Boswil, nein, bei Kuhnze, bis Kuhnze, sind wir da, Kuhnze, du, Kuhnze, du, Kuhnze, persönlich, ferienhalber vorübergehend, bitte, Fräulein, können Sie mir bitte eine ferienrechnung schicken, äh, dä, 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 von Rechnung schicken, was oder was? Nein, nein, Bünze, nee, Kuhnze, Kau, wie, bei Knopfloch, jawohl, ich sollte bitte eine Rechnung bestellen, hallo, was? Im Knopfloch von Klaus, vom Haus, im Haus für das Bünze, jawohl, können Sie mir bitte ein Haus schicken, Klaus schicken, mit einer Rechnung an, hallo, Fräulein, Sie verstehen mich missen, es handelt sich um das Knopfloch bei Bünze, bei Laus, um Klaus, bis Kuhnze, um das Teil von einem Knopfloch, hallo, 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 hallo. Vielen Dank.